hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren video von mir ist heute wieder riesig dass ihr heute eingeschaltet habt und ja heute möchte ich mit euch über die folgenden spannenden themen sprechen als aller erstes gucken wir uns die aussagen von dem analysten plan b an der hier einen starken bitcoin kursanstieg suggeriert außerdem gucken wir uns an warum nun einige trader auf twitter darüber getweetet haben dass es hier um demnächst auf 8000 us dollar steigen soll und zu guter letzt blicken wir richtung bloomberg der nun einige fakten zum thema kryptowährungen hier in aussicht gestellt hatte wenn er zum präsidenten führt warum das in gewisser weise den anlegern zugute kommt das gucken wir uns ebenfalls an wie gerade schon angekündigt gucken uns das allererste thema an und hierbei geht es um das berühmte plan b modell die ja in der vergangenheit auch schon das stock to flow modell hier aufgebaut haben um die zukunft des bitcoins und des preises hier vorhersagen zu können und wie wir alle mitbekommen haben hat der bitcoin ist nun tatsächlich wieder geschafft auf über 10.000 dollar um genau zu sein auf über 10.100 dollar zu steigen und es sieht so aus als könnte er grundsätzlich sein bullisches momentum weiter umsetzen und das ruft natürlich den ein oder anderen analysten und trader und so weiter auf den plan der sich mit dem thema beschäftigt und der hier natürlich auch einiges zu kommunizieren hat der also hier das eigene modell die analyse und so weiter zur verfügung stellen möchte und hierbei geht es um plan b und plan b hat ja bereits in der vergangenheit das ein oder andere diagramm gezeigt und in dem fall geht es nun um ein verhältnis zwischen dem aktuellen preis und dem tiefstpreis von dezember 2018 und zwar war es ja so dass aufgrund des schwierigkeitsgrades in bezug auf das mining bei dem wert von 3.700 dollar relativ viele miner angefangen haben zu kapitulieren weil es natürlich nicht mehr ertragsreich war das ganze zu tun und in dem fall erhöht sich das verhältnis entsprechend der schwierigkeit des meinings bis es bei etwa 120.000 bis 140.000 blöcken seinen höhepunkt erreicht und aktuell befinden wir uns gerade bei einem schwierigkeitsgrad von ungefähr 80.000 blöcken und nach dem hintergrund ergibt sich also ein verhältnis von mindestens dem zehnfachen was wir also bei der halbierung bei dem halbieren also erreichen sollten wenn es um den preis geht und das wären dann also werte in höhe von knapp 37.000 us dollar pro bitcoin und wenn wir dann den oberwert nehmen würden also das heißt die obergrenze dann müsste man hier theoretisch ein verhältnis von ungefähr 100 nehmen dem 100 fachen und das würde also bedeuten dass wir im frühjahr 2021 nach dem modell von plan b tatsächlich auf 370.000 dollar pro bitcoin steigen sollten und das sind natürlich aussagen die sich extrem verlockend anhören ganz klar und es gab ja auch in der vergangenheit schon durch das stock to flow modell von plan b hier die aussagen dass wir unglaublich hohe werte sehen sollten über 100.000 dollar seien wohl realistisch nach dem halbieren und auch wenn die hoffnung zuletzt stirbt muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen ja wenn solche personen grundsätzlich analysen raushauen dann macht es durchaus sinn sie sich anzugucken und natürlich auch die begründungen sich anzuhören aber auf der anderen seite ist es nun mal immer noch ein risiko kapital geschäft und man muss damit eben auch zurechtkommen dass man hier spekuliert und potenziell auch kapital verlieren kann wenn es eben nicht so läuft na klar ist es so nach dem halbieren haben wir eine halbierte oder werden ja letztendlich die block rewards halbiert was also bedeutet dass wir weniger angebot am markt haben und wenn natürlich die nachfrage gleich bleiben sein sollte oder steigt dann wird es automatisch dazu führen dass wir also auch im preis steigen müssen denn das mining ist dann wenn wir aktuell so bleiben wie wir aktuell sind dann müsste das mining bei ungefähr oder beziehungsweise der bitcoin bei 13.000 dollar bleiben damit eben das mining weiterhin lukrativ bleibt und wenn das nicht passiert dann müsste theoretisch die herrscher wieder runtergehen weil eben anfangen einige meiner zu kapitulieren was dann also wieder langfristig dazu führt dass sich der preis anpasst und so weiter und so fort unabhängig davon ja würde das aber trotzdem bedeuten dass wir theoretisch langfristig gesehen einen entsprechend höheren bitcoin preis sehen müssten ob es aber tatsächlich 37.000 dollar sind oder 370.000 dollar das mag ich zum jetzigen zeitpunkt zu bezweifeln aber es hat ja auch niemand kommen sehen was 2017 passierte oder passieren wird und dort haben wir ja 20.000 dollar pro bitcoin gesehen deswegen sind auch 37.000 dollar nicht unrealistisch wohingegen die 370.000 dollar zwar extrem schön und lukrativ wären aber zum jetzigen zeitpunkt eher unrealistisch aussehen trotzdem wurde dazu folgendes gesagt die halbierung von bitcoin ist größer als sie vermuten die tägliche weltweite nachfrage nach bitcoin wird höher sein als die tägliche ausgabe von bitcoin dies war weder 2012 noch 2016 der fall wenn das tägliche angebot die tägliche nachfrage nicht befriedigen kann wissen wir was passiert wir befinden uns in einem neuen territorium crypto kids was also automatisch bedeutet je nach der wenn wir uns jedenfalls die aussage hier angucken und dass wir also langfristig wirklich eine sehr sehr starke leistung des bitcoins sehen sollten was also auch bedeutet dass der bitcoin preis weiter nach oben geht aber am ende wissen wir es erst wirklich wenn es passiert ist man kann nur entsprechende vorbereitungen treffen wenn man wirklich daran glaubt und dann sollte man sein portfolio aufbessern und aufbereiten wenn man aber eben unsicher ist dann sollte man vielleicht sich andere märkte suchen die vielleicht ähnliche möglichkeiten bieten am ende bestimmt natürlich auch das risiko die rendite und darüber muss man sich gedanken machen aus meiner sicht von daher ist sicherlich der kryptomarkt nicht für jeden etwas aber er bietet eben neue möglichkeiten und neue chancen wir gucken uns das zweite thema und hierbei geht es um die aussagen dass ethereum nun auf über 8000 dollar steigen soll wir haben alle mitbekommen dass ethereum genauso wie viele andere altcoins neben dem bitcoin sehr sehr gut performt haben am anfang des jahres konnten wir schon um 115 prozent nach oben steigen und wir sehen eben auch ethereum 2.0 und das thema defi die haben unglaublich viel potenzial es gibt kontinuierliches wachstum also es sieht sehr sehr rosig aus und ja dann kommen einige personen um die ecke die einen namen haben in der szene wie zum beispiel ein josh regger wie ein moon overlord wie ein crypto dog die dann einfach prognosen raushauen ohne sie tatsächlich zu erklären etwas was sehr sehr problematisch ist aus meiner sicht josh regger zum beispiel spricht davon dass wir in den nächsten jahren also einen bitcoin preis von 8000 dollar sehen sollten dann kommt crypto dog um die ecke und sagt hey wir werden 5000 dollar dieses jahr beim ethereum sehen und am ende kommt dann noch mal die ein oder andere person die dann sagt hey wir werden ende der woche 50.000 dollar erreichen am ende ist das natürlich ein soziales experiment wie man das ja so schön nennt und diese ganzen personen haben das dann aufgelöst und gesagt hey wir wollten einfach mal gucken was wir für einen shitstorm in anführungsstrichen hier auslösen können denn das ganze zeigt oder wir möchten einfach zeigen dass wir als namen oder beziehungsweise als experten in der in dieser branche hier etwas zu sagen haben und wenn wir etwas sagen dann wird das häufig für bare münze genommen und das ist ein großes problem davor wollten sie warnen und das finde ich persönlich auch sehr sehr gut dass sie es wieder aufgelöst haben nicht alle haben das getan aber die meisten glücklicherweise und auch wenn diese werte sehr sehr hoch sind und hoffentlich irgendwann mal erreicht werden zeigt es uns einfach dass wir aufpassen müssen wenn solche prognosen gemacht werden vor allem dann wenn sie nicht erklärt werden und eben auch nicht greifbar für die meisten sind denn sowas kann dazu führen dass also einige personen anfangen blind in den markt zu investieren was also ein relativ hohes potenzial zu scheitern und davor würde ich mich auf jeden fall hüten dennoch muss man ganz klar sagen dass es so aussieht als würde es hier neben dem bitcoin auch weiterhin wachsen denn wenn wir uns mal die fundamental daten und die ganzen indikatoren und so weiter angucken merken wir schnell ok es hier ist gerade richtig gut unterwegs auch heute konnten wir wieder knapp ein plus von über acht prozent verzeichnen und so wie es aussieht werden wir hier auch eine grüne kerze zum abschluss sehen luke martin sprach auch darüber dass er wenn es tatsächlich dazu kommt dass wir den tag mit einer grünen kerze abschließen können dass er dann wieder eine long position hier gehen wird er spekuliert also auf weitere weiter steigende kurse denn so wie es aussieht gibt es hier wieder parallelen zum dezember 2018 dort ist es hier innerhalb kürzester zeit von 84 auf über 150 dollar gestiegen und das sind potenziale die er hier wieder sieht und er hofft natürlich dass sich diese dinge wiederholen deswegen eine long position aus meiner sicht das ist hier sowieso ein unglaublich interessanter coin wie gesagt aufgrund der fundamental daten und so weiter ist das ein coin und natürlich auch aufgrund seiner use cases der in zukunft immer relevanter sein wird der immer mehr marktanteil bekommen wird und dadurch ist das aus meiner sicht eine wirklich gute alternative zum bitcoin um sein portfolio weiter aufzubessern und weiter zu diversifizieren falls ihr auf der suche nach einem bitcoin popsocket zeit dann guckt euch auf jeden fall mal den zweiten link in der video beschreibung an da habe ich mal etwas für euch rausgesucht was sicherlich für den ein oder anderen smartphone besitzer ganz interessant sein könnte wir gucken uns das letzte thema und hierbei geht es um bloomberg bloomberg ist ja letztendlich eine person die in der vergangenheit schon ja die eine oder andere stelle inne hatte um ja letztendlich so ein bisschen das ganze zu leiten das heißt also er war bürgermeister von new york und möchte nun zukünftig präsident werden in amerika und er hat sich nun zu einigen klaren richtlinien zum thema regulierung und bitcoin und kryptowährungen ja geäußert und das ist sicherlich ein spannendes thema denn aktuell ist es ja so dass wir in vielen ländern eine relativ ungenaue oder relativ viele grauzonen haben wenn es um das thema kryptowährungen geht ich glaube das trifft es am besten und jetzt gibt es nun dokumente die eben ja financial reform policy sich nennen und dort gibt es eben auch eine agenda für das thema kryptowährungen und dort heißt es in dem reformplan wie folgt dass zusammenarbeit mit den regulierungsbehörden um klare spielregeln zu schaffen klärung der verantwortung für die überwachung von kryptowährungen schaffung eines rahmens für initial coin offerings schutz der verbraucher vor betrug im zusammenhang mit kryptowährungen klärung wie investitionen in kryptowährungen besteuert werden sollen definitionen von kapital und anderen anforderungen für finanzinstitute die kryptowährungen verwahren all das soll nun reformiert werden es soll also nach vorne gehen es soll klare richtlinien geben und so weiter und das soll natürlich alles ja dem aktuellen präsidenten so ein bisschen hier aus der aus der defensive locken kann man sagen er möchte letztendlich präsident werden ob es richtig oder falsch ist das mag ich nicht zu bewerten aber es ist auf jeden fall interessant dass die regierungen sich für das thema einsetzen grundsätzlich hier einfach mehr klarheit haben wollen und das wird sicherlich nicht für alle kryptowährungen gelten und das macht sicherlich auch nicht für alle anleger sind dass diese dinge passieren aber für den großteil die sich eben nur ja so ein bisschen damit auseinandersetzen kann es ein wichtiger schritt sein aber für alle alteingesessenen für alle early adapter und so weiter sind das schritte die er nicht positiv zu bewerten sind und jetzt gucken wir einfach mal was tatsächlich dann auch umgesetzt wird wenn es tatsächlich dazu kommen sollte dass bloomberg hier präsident wird das ist erst mal abzuwarten es gibt da überhaupt gar keine tendenzen zum jetzigen zeitpunkt und ich persönlich möchte auch nicht wirklich über das thema politik sprechen aber ja wenn es um die nächsten schritte in bezug auf regulierung und so weiter wenn es darum geht dann sollte man definitiv im auge darauf haben gerade wenn man eben auf verschiedenen plattformen oder vielleicht auch aus einem anderen land anfängt sich mit dem thema zu beschäftigen gut ich hoffe euch hat dieses kurze und informative video gefallen falls es so war würde ich mich riesig über den daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere videos zudem oder anderen themen sehen wollt dann solltet ihr auf jeden fall direkt erst mal ein abo da lassen ansonsten hören und sehen wir uns die tage wieder ciao